Geriatrie ist Altersmedizin. Im Grunde genommen ist Geriatrie ganz normale medizinische Versorgung, im Krankenhaus zum Beispiel, aber es unterscheidet sich dadurch, dass wir im Bereich der Geriatrie zusätzlich die Frührehabilitation anbieten, also krankengymnastische Übungen, Hirnleistungsdiagnostik, Sprachtherapie und, und, und. Das ist ein ganz großes vielfältiges Angebot, um den Patienten neben der rein ärztlichen pflegerischen Aufgabe eben auch fit für den Alltag in Bezug auf Bewegung und Alltagskompetenz zu machen. Ancoris ist im Asklepios-Konzern hier in Hamburg ein Zusammenschluss von vier Geriatrien bei unseren sieben Krankenhausstandorten, einfach um die Versorgung des Patienten zu optimieren im Hinblick auf die spezifischen geriatrischen Aspekte. Wir haben dort einen regen Austausch, aber wir haben den nicht nur innerhalb der Geriatrien, sondern unser Ziel ist, das geriatrische Know-how in die Kliniken hineinzutragen, gegebenenfalls auch durch unseren persönlichen Einsatz, dass wir vor Ort mit sind und Patienten mit beurteilen können. Und das ganz große Ziel, was dahinter steht, dem Patienten eben die optimale Behandlung hier in unserem Konzern bei Asklepios bieten zu können. Der Patient soll profitieren, dass er eine wirklich optimale medizinische Behandlung bekommt. Und gerade bei älteren Patienten, wo so viele Parallelerkrankungen vorhanden sind, ist die Zusammenarbeit zwischen den medizinischen Disziplinen sehr wichtig. Und wir in der Geriatrie sind nun einmal die, die sich insbesondere mit den Spezifika im höheren Lebensalter mit der Behandlung am besten auskennen.